Jetzt wo die Natur endgültig erwacht ist, wird es Zeit an das Sommer- und Familienfest der Hotonia Darmstadt zu erinnern. Die große Wiese, die im letzten Herbst von Wildschweinen zerwühlt wurde, ist soweit wieder hergerichtet worden und hat bereits ihren ersten Schnitt hinter sich. Das frische Grün der Außenanlage lädt direkt zum Besuch ein. Bereits in den vorherigen Jahren wurden Sommerfeste veranstaltet, wo man sich in geselliger Runde treffen und den Tag genießen konnte. Auch in diesem Jahr wird am 24. Juni hier ein Sommerfest stattfinden. Zum Essen gibt es Rollbraten und verschiedene Würste vom Grill. Auch für Vegetarier wird gesorgt. Weiterhin wird noch Kuchen und anderes Gebäck angeboten. Am schwarzen Brett im Vereinsgebäude ist eine Liste zu finden, in die sich gerne jeder eintragen kann, der etwas zur Verköstigung beisteuern möchte. Wer bis jetzt noch nicht den Ausstellungsraum mit den Schau-Aquarien besucht hat, kann jetzt sehen, wie sich die Aquarien und Terrarien aufgrund der Sparmaßnahmen verändert haben. Trotz aller Veränderungen und Einschränkungen durch die Kostenentwicklung, sehen wir einem gelösten und fröhlichen Tag entgegen, wo die ganze Familie etwas für sich finden kann. Und sei es nur, die Natur der Außenanlage zu genießen. Bei schönem Wetter sind die Fische in einem Raum der Teiche besonders aktiv und recht interessant zu beobachten. Besuchen Sie, gerne mit der ganzen Familie, das Sommerfest der Hortonia Darmstadt. Es findet am 24. Juni 2023 ab 16 Uhr auf dem Vereinsgelände der Hortonia am Judenteich 16 in Darmstadt statt. Alle, ob Hortonianer, Freunde oder Neugierige, die den Verein kennenlernen möchten, sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Verein für Aquarien- und Terrarienkunde Hortonia e.V. Homepage www.hortonia.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hortonian News vom 04.06.2023 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.